guck ich mal ob der ding ist der ding so offen hat ob das ding offen hat der ding ist der augenarzt weil ich den Termin mal gucken muss so fahren wir kurz Holz an eine kleine runde und ja ja willkommen alle ich komme von der arbeit ich komme gerade von der arbeit und ja man kommen alle drinnenraum ist natürlich maskenpflicht warum ist maskenpflicht aber dieses grunde geschissen ich glaube es ist hier ganz vergessen ich kann nur gucken eigentlich hier steht urlaub da guck urlaub praxis termin ich glaube die haben urlaub dann können wir nichts machen dann fangen wir zurück das machen wir auch aber sieht schön aus natürlich nehme ich wieder mit 4k auf nicht mit 60 sondern mit 30 fps weil ich kann es auch ein bisschen das nicht gut verarbeiten tut aber wenn man beispiel meine zuschauer die internet leitung scheiße ist und ganze tausend leitung das ist auch nicht gut muss man nicht mal so also grüttchen da kann ich nichts machen ist alles zu hier alles so scheiß urlaub gegengeld ja so sieht es aus und ganz einfach und ja bitte dich wundern wo ich bin ich bin gerade jetzt von der arbeit aber ja was willst du machen aber kann nichts machen so dann probieren wir es nächste woche montag vielleicht aber ja ich bin jetzt hier in der raum ist auch maskenpflicht so wir gehen jetzt einfach raus guck mal ein paar bilder machen so groß sie doch groß wie kennst du den hier auch schön ja also ist alles zu kannst du vergessen kannst du mit tonne raun ja also treppe hochgehen steht auch die maske pflicht auch innenraum ist maske pflicht abstand halten maske tragen und fresse halten also so leute kann man nix machen und jetzt sind schon sonne aber kann nix machen das so mal die maske ab und natürlich leute kein wundern ich bin ich nun der youtuber so sagen wenn wir und tschüss